Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Dead Space 3 Und wir begeben uns mal wieder in ein super Aufzugverbinder, was auch immer, Drehstück Ja Tür träum ich nicht Na und direkt äh Ja Lassen wir dem erstmal gegen die Mutanten kämpfen Ja das Problem war Er hat jetzt nicht so viel Gegenwehr gegeben Er hat jetzt einen umgelegt und dann war erstmal unser Aufgeschmissen mit dem Mutantenstachel Na Moment Warum hat denn der Mutant noch einen Stachel? Was soll das? Ah ne der andere liegt hier Fürst du sie! Fürst du sie! Geh mal weg da So Ah warte Warte Herzlichen Glückwunsch du kriegst einen Stachel Na Sie haben einen Stachel gewonnen ne? Ich habe heute einen Stachel für dich Hm Ich habe heute leider keinen Stachel für dich in der Sonne Oh der steckt schön in der Wand Kriegt ihn dann aber auch nicht mehr raus Nein! Wo kommt der denn her? Aus der Wand ne? Nein nicht der Stachel Der Typ der mich überfallen sollte Oder der Mutant Ah der hat Halbleiter gebobbt Der Tunnel! Er ist im Tunnel! Ich habe eine Übertragung abgefangen Ja ich auch Irgendwas ist im Tunnel Der bliegen Junge Danke So Ah ich habe ein Ressourcenlager gefunden Geht doch Das war die Optionale Quest ne? Das war einfach mein Support den ich jetzt beauftragen wollte War das nicht irgendwie was mit einem äh Ja das war das mit dem Lager 212 Ich weiß gar nicht ob wir die Quest noch haben Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Hinweis daraus gefunden Na komm Alter der Super sieht ehrlich das wie Wally Das ist so ein bisschen inlichkeit besteht Ähnlich knuffig nur mit roten Leuchten Und der so ich falle jetzt mal den Schneesack ein und komme wieder raus Ich kann sagen so mh Er verschwindet nämlich nicht Ich muss doch sagen er geht in Maubus Modus Ach komm Kann man mal machen Es ist nur noch so in die Antenne so als Kugel aus so mh Ähm Ich glaube wir müssen durch den Tunnel Äh ja wir müssen hinten weiter Wolli auf dem Schneeplaneten Mh So die Rackdolls mal wieder schon umtreten hier Kampfs Oh WTF Ich glaube über den Typen drüber Er woppt nichts Ich trete rauf Er woppt auf einmal was Ich habe ihm die Taschen ausgetreten Ja im Prinzip schon Oh guck mal schöne Aussicht Naja nicht Wenn man jetzt noch Screenshot machen könnte oder? Ja Blame Origin Schön dass weder Origin noch Dead Spaces implementiert haben Muss man jetzt hier einfach mal so sagen Ich meine ich habe eine Aufnahme davon Muss man jetzt fairerweise einfach mal so sagen So Komme herein Was leuchtet hier so gelb? Na nichts wichtig Licht Es ist gelb das Licht Was kann das? Es leuchtet gelb Beste Quote Nein Nein Das war Hinter uns Ja Eben jener Ja Oh hier hängt auch was ab Ach man Die Trage streben konnte man nicht abgreifen Oder Pfff Ich habe in dem Moment wo du auf die Schachtel gedreht hast Jetzt habe ich sie dir mit Chinesen unterm Fuß weggezogen und habe dann den Inhalt gekriegt Aber das ist das passiert Aber das ist das passiert Muss eine Klage sterben Ach das ist die Audioaufnahme von dem Typen der hier lag Unserer Rache Hängt davon ab Haltet ihn nun jeden reich auf Das klingt auch wie so eine Siegesrede so Adolf schlägt wieder zu oder was? Hm genau das Ist jetzt schon wieder die Rückseite vom Mond erreicht So Mit dem Spiel könnte er sogar klappen Mit der Rückseite des Mondes Achtung gleich kommt er raus Achtung gleich kommt er raus Ja dann komm Ich bin nicht auf die Frister Jungs Seine Granate Er läuft aus einer Selbstrichtung seiner eigenen Granate Bester Mann Gibt auch noch Schaden davon So ach gleich kommt er raus Ja dann gibt es auch die Fresse wenn er rauskommt Haben die eigentlich Granaten? Ja ne Aber irgendwie haben wir noch keine gefunden glaube ich Ich habe mal irgendwo gehört dass es Granaten geben soll Aber irgendwie Also ich habe bisher auch noch keine eingesetzt Von daher Ich weiß gar nicht ob es in dem ersten Teil welche gab Hinter dir Ich sehe es noch Oh Jetzt nicht mehr Womit jetzt mal mit den Supply den die hier gebunkert haben Sind wir denn da? Halbleiter Kann hier wieder irgendwie die Tür öffnen? Hm Ne Sieht nicht so aus Wie war das Versorgungslager da hinten zeigt? Der Weg war es auch nicht Oh die Sobfrau Hm Es geht nur hier wieder durch so eine Schleuse Hm oder? Oh hier ist so eine Kiste Nein ich Ach komm ich habe die Kiste getreten aber die geht nicht rauf Auf jetzt Auf jetzt Die Kiste ist eine Lüge Hm 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 Wir brauchen eine Stelle kommt Was zur Hölle ist denn? Das klingt schon wieder sehr vertrauens erwähnt Das klingt schon wieder sehr vertrauens erwähnt Ähm Also im Prinzip schon Ja cool Cool Ja Das mal Cutter nehmen Und Endes Ach da sind doch die wieder aufstehen ne Und man da oben rum schießen soll Ach guck mal das ist ein Kopf mit so Tentakeln Hm deswegen Die sahen aber anders aus Die anderen sahen mehr aus wie so kleine Käfer Ja das ist hier so ein Kopf mit so Tentakeln Und der springt von Körper zu Körper Jetzt ist es aber gut hier Hm aber ist ein Schad Hm Hm Ja die anderen das waren so kleine Spinnchen Ja Die haben aber eigentlich das gleiche gemacht Oder das ähnliches Ja Irgendwie überrascht es mich jedes Mal aufs Neue wo die Tür aufplopft Was zum Teufel Aber es sind auch ein paar riesen Viecher die hier eingefroren sind Ja Hat man mal im Keller stehen ja Hm 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 HHF Warte Wobei man mit etwas gewinnt und dann vielleicht einen doppelten Hexer bleibt Wird gelaufen Ja der Soldat hat jetzt einfach Pech würde ich sagen Hat auch noch nichts Oh Ja Nein 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 sicher auch noch Jetzt ist doch mal gut hier So komm Hopp ab Ruckrad ab Ende ist Nein da kommt der nächste mit seinem Gefühl Ja 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 immer noch Ja Oh ich bin fast tot Da kann man ein paar Wedi-Quecks benutzen Irgendwie bringt der So einen Nahkampfschlag gegen die Leute mit dem Rückgrat nichts Die haben zu viel Rückgrat ne Ja das ist das Problem ne Mhm Ich will noch irgendwer so ne Irgendwo lebt hier noch was Irgendwo lebt hier noch was Jetzt hat's aufgehört zu leben oftmal Wir brauchen wieder irgendeinen Zugangscode Ja es geht hier noch woanders weiter Da vorne Müssen wir beide aktivieren Mhm Ich will das coole Hex spielen Bestes Minigame ever Mhm ja Ja Nein Das ist jetzt ungünstig Geht immer noch Ist nicht der einzige glaube ich Ja Das fliegt dann Wind So versuchen wir das nochmal Mhm Nein Äh das ist natürlich jetzt Ja Der nächste 2.0 Aufzug Gut Es war jetzt immer noch einfach aber es wurde schon mal komplexer als äh am Anfang Aber man muss eigentlich nur gucken dass man in seiner Hälfte bleibt Dann ist es einfach Mhm Das Lager sollte direkt vor uns sein Wann sollten wir das Ding lieber in Bewegung setzen? Oh Oh Eigentlich nicht Oder? Ah doch Sie Sie ist auch auf Sie ist auch auf Ah keine Energie deswegen Mehrfach tot Mhm Ja komm mal es funktioniert die äh Bank auch wieder Es funktioniert alles möglich wieder Online Online Achtung an allen Behinderung registriert Das scheiß den Klemmen Die beseitigen um in der Wohnung Hey Hilfen sie mir die Sicherheitstore runter zu packen Sicherheitstore runter Ich hoffe sie wissen was sie tun Boca sagen das klingt nach einer super Idee Mhm Ach komm wer hat denn die Was sind das für Tore Was sind das für Wie ist das für ein Viech Ich glaub da sollten wir Lauf Gehen sie ihm aus dem Weg Kein Scheiß Was ist das denn ernst Ich bin mir nicht ganz sicher ob das hier ein ernst ist Sie sind der Raketenwissenschaftler Sagen sie es mir Hey Schiffe sind mein Gebiet Nicht Riesenbohrer Suchen sie nach einer Überbrückung Was zum Henker ist das Hier auf der Gasestaktion Also Auf jeden Fall schon mal Gas einsetzen Warte Ist schonmal gut Ja guck die tollen Lüse Als wir alles haben müssen Mensch jetzt ist ja mal gut hier Oh fuck Ach Schieß mal in den Bruder rein Auf die Lampen Ich glaub das ist der Punkt Dann schieß ich mich erstmal auf Zombie-Zonges Muss ich sagen No Und der Plot-Twist Den der Kälte mal kaputt macht Dazu schneller wird er Und dann Lampen Fuck ich bin fast tot Das ist nicht so geil Nein ich bin fast tot Wann der Bohr war? Nein Nein vielleicht sollte ich jetzt nicht in den Bohr anlaufen Nein lass mich da durch Was war das? Wir fahren doch mal mit dem Das ist nicht mehr feierlich Nein er hat aber wieder Leuchtkerzen Cool Jetzt will ich es hier rumgammeln Wir machen es jetzt mit der Zeichen gehen Ja Dichtig Nein ich sollte das Hier Ludwig Was ist denn jetzt? Ist denn wieder nur auf 50 Prozent? Was ist denn das? Betrieb wird fortgesetzt In 5 4 3 2 1 Bitte das Deck vollständig Das ist doch nicht rum, hier müssen wir doch... Ah, der geht langsam kaputt. Noch eine Pferde. Und wir stehen hier. Super. Und die Zombies sind plötzlich so verschwunden. Sehr gut. Der Kreisel hat das Todes. Ja, komm. Schwere Fehlfunktion, achso. So würde ich das auch nennen. Jesus, ich dachte echt, das war's jetzt. Ja, scheiß auf den Planeten. Allerdings. Kommen Sie, verschwinden wir hier. Okay, ehrlich. Wir gehen jetzt zum Lager. Ist alles okay? Aber klar, abgesehen davon, dass dieser Planet mich permanent killen will und dein Lover mich hasst, war das bisher ein traumhafter Urno. Robert ist normalerweise nicht so. Keine Ahnung warum er hat. Wir machen das unter uns aus. Früher oder später gewinnt einer von uns. Hast du das Experiment gefunden? Ja. Und? Sieh's dir selbst an. Oh, gut. Ja, das war jetzt mal ein interessanter Bossfight. Ich glaube, da hätten wir auch mehr strugglen können. War ganz gut rumgekriegt. Na gut, man musste, wenn man dann rausgefunden hat, dass man auf die Kerzen schießen musste, war es doch immer noch nicht einfach. Ja, muss ich grad sagen, das ist jetzt so. Die Zombies waren dann nur noch so ein leichter Störfaktor. Mhm. Aber trotzdem noch sehr machbar. So. Mhm. Flupp. So, Mission mitnehmen, so. Noch mehr Aufzüge. Mhm. Keine Scheiße. Isaac, da sind Sie ja. Wir sind oben auf der Observationsplattform. Was zum Henker ist das? Schlechte Nachrichten. Das ist es. Wunderschön, nicht wahr? Die Forscher nannten es den Nexus. Sie glaubten, dass diese größeren Exemplare als Leiter des Markersignals fungierten und dieses an die kleineren Exemplare sendeten. Und das bringt uns in Wücher weiter? Ich glaube, dass Sie die Maschine gefunden haben, indem Sie den Signal abschlingen durch Nervennetze, der Kreatur nachverfolgt haben. Moment mal. Wir sollen in das Ding reingehen? Ja. Ist das nicht eine wunderbare Chance? Wunderbare. Das Scheißvieh ist tiefgefroren. Wir sollen wieder reinkommen. Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ich versuche mal, sie zu aktivieren. Nein, bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, will ich ihn auch zum Laufen. Isaac, seid vorsichtig da oben, ja? Na, tun Sie sich bloß nicht weh. So, das ist eines der größeren Dinger. Ach so. Schlechter wär's eigentlich. Das ist eines der kleineren Dinger und dann so, hm. Ja, ich glaube, das wär wirklich doof, ja. Persönliches Lock, Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews, arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir ahnen so viel über die Kommunikation dieser Lycromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gestanden zu haben. Vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Aber woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgeben. Neuer Anzug verfügbar. Intressant. Jetzt werfen sie aber mit Anzügen um sich, ne? Jetzt auf einmal, ja. Aha, hier ist auch tatsächlich eine Anzugsstation. Was haben wir jetzt für einen Anzug? Archäologenanzug. Den brauchen wir bestimmt gleich. Ja, wenn wir in die, äh, wenn wir wirklich in solche Alienviech reingehen sollen, ja. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir den mal an. Ich hab ja bis jetzt noch keine Nachteile, wir werden noch nicht feststellen können, zwischen den einzelnen Anzügen, ne? Ah, okay, aber es gibt schon gewisse Unterschiede. Okay. Es steht nämlich in der Beschreibung der Anzüge. Bei dem ersten Anzug, den ich hatte zum Beispiel, ein leichter Raumanzug, der üblicherweise beim Arbeiten zur Gewinnung von Altmaterialien getragen wird und den Träger schützt, wenn er lang anhaltender Strahlung ausgesetzt wird. Der zweite Anzug, also der Archäologenanzug besteht aus durchschlagsresistenten Mikrofasern, die einen erhöhten physischen Schutz bieten und die Körperwärme erhalten. Und der arktische Anzug, äh, oder der arktische Überlebensanzug besteht aus geheimen Synthetikfasern, die den Körper vor extremer Kälte und Hypothamie schützen. Interessant. Wir werden aber jetzt eher den anderen mal anlegen. Zwangsweise. Mhm. Aber hier steht wieder nur eine Anzugsstation, oder? Mhm. Super. Das ist doch lustig, wenn die Kamera geschlossen ist, ne? So, so Licht durch die Mitte, so BTF. Ah ja, jetzt laufe ich hier gelb durch. Ist mal Flüssigkeit am rechten Arm, oder wie? Ich weiß es nicht. Ah ne, das leuchtet glaube ich nur so, oder? Na egal. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich nochmal kurz... Aha, endlich kann ich mir das dämliche Upgrade nämlich holen. So. Wobei das der Archäologenanzug sich irgendwie nicht viel von dem... Schneeanzug, äh... unterscheidet, finde ich. Ja, ein bisschen bunter. Und ich hab ne coolere Maske. Das muss man ihnen zugute halten. Archäologen-Upgrade, Anzug wechseln... Sieht nämlich ziemlich so aus wie die Maske, die du jetzt trägst. Also eigentlich ist es genau die gleiche, nur in blau. Bin gespannt, wie meiner jetzt aussieht. Mein Archäologenanzug. Stimmt, genauso wie vorher. Und dann so... Ach ja. Weniger rot. Hm, ja. Ja, jetzt hast du die Maske, wie ich sie am Anfang hatte. Und alles so. Interessant. Kann man mal machen. Kann man auch mal sein lassen. Hm. Hm. Ja, hier geht's nicht hin. Musst du den Aufzug nehmen, mal von anderen Seite. Ja, der Außenzugang wäre jetzt glaub ich sowieso nicht so gut unten. Ja, ich hoffe mal, dass der Archäologenanzug... Ja gut, aber Archäologenanzug ist ja nicht gleich Schneeanzug, ne? Beziehungsweise arktischer Anzug. Ja. Ist nur leicht wärmend. Hm. Hm. Gut, ich mein, wenn du in den Weltraum raussegelst, dann muss der Anzug auch wärmend sein. Kann ja nicht glauben, dass es in dem arktischen Eiskälter sein soll, als aus dem Wettraum. Ja, eigentlich, eigentlich schon, ja. Wenn man sich grad an der Sonne vorbeifliegt. Wenn ich grad auf der Sonne landet. Machen wir die Icarus. Hm. Ein schon langer Aufzug fuhrt. Noch kein Vieh, was uns anspringt. Stimmt was nicht. Hm. Okay. Das ist aber auch ne arktische Anzug, weil wir kriegen jetzt keine Temperatur. Kein Temperaturfall. Ja. Interessant. Man könnte da hochklettern. Ja. Ja. Ich denk, man muss auch da hochklettern. Ja. Ja, ich denk, man muss auch da hochklettern. Ja, müssen wir tatsächlich. Die Tür hinten kaputt oder wie? Weiß ich nicht, aber die Wegmarkieren zeigte hin. Warnung. Starke Winde. Ach so. Da wär' ich jetzt gar nicht draufgekommen. Wobei ich sagen muss, wenn man hier aus dem Aufzug aufzugreifen kann. Was da rauskommt, ist das so ein ähnliches Setting wie am Ende von Dead Space 1, glaube ich, kurz bevor man in das Kapitel mit dem Bosskampf geht. Okay. Also das kam mir ähnlich vor. Na, hier geht's wieder runter. Ja. Dann haben wir einmal die Tür umlaufen praktisch. Und da ist noch... Da liegt eine Box auf dem Dach. So, können wir mal eben hinholen. Ach, da ist so ein großer Motor hier oder ein großer Kompressor. Sieht hier mit so aus wie einer. Interessant. Was ist das haben wir hier? Ah, wieder so eine Platz, so eine Batterie. Ganz viele Schränke, die wir aufbauen können. Stasisch... Ach ne, noch nicht, keine Stasischstützung. Irgendein Upgrade. Plus zwei Feuerrate. Ach so, wir brauchen... Moment. Hast du die Energiezelle schon gefunden? Ah, ne. Ich hab noch keinen entdeckt. Die müsste ja irgendwo hier liegen. Auf jeden Fall praktisch, ja. Und da werden wir jetzt irgendwie übersehen. Also ganz unauffällig sind die jetzt auch nicht. Das sind fette, blaue Blöcke. Die können wir mal hier oben gucken, aber... Der könnte auch direkt hier irgendwo vor der Tür liegen. Und man muss dann rausgehen oder durch den Spalter... vielleicht gegenseitig geben. Ja, ich geh nochmal runter. Also den Weg zurück und runter. Auf die andere Seite. Okay. Gucken, ob da noch irgendwas liegt. Im Luftschacht ist hier auch nichts. Aber interessant, dass ich die Tür dazu einschließen konnte. Was haben wir denn hier? Öffnen. Ah, hier. Energiezelle. Jawoll. Mal räumen wir ihn hier und... Nein, jetzt nicht fallen lassen. Nein, irgendwas... kommt da angelaufen. Ja, ich seh's. Also das, was auf den Boden kriegt, da... Ah, ich hab die dann mal mitgenommen. Helele. Jene Reichweite. Geil, und ich darf mich jetzt hier durch die Sumis zurück über die Treppe kämpfen. Die Tür klappt wieder. Komm her. Ja, okay. Okay. Dich so beliebig fallen. Die Tür geht so wieder zu und dann so... Ah, jetzt ist der Generator wieder. Und der kommt hier auch direkt ein auf dem Lüftungsschacht gelaufen. Wohl. Nein, der Generator läuft wieder an. Okay. Mhm. Sehr vertrauenserweckend. Lieber rausgehen, bevor er in die Luft fliegt. Müssen sowieso. Jetzt hat doch bestimmt irgendwas, äh... aktiviert. Weiß doch noch nicht was. Mhm. Aber der Schneesturm hätte draußen schlimmer geworden. Oh ja, wir haben hier ganz viele Viecher. Bleibt sich mir vom Leib? Man sieht die von hier oben kaum. Ja. Es ist sehr schön, dass er mich jetzt hier bei den Steg geleitet hat, obwohl wir unten die Tür aufgemacht haben. War offenbar nicht ganz so... Aber wir müssen aber wieder zu dem Fahrstuhl hier zurück. Ja. Ach, wir haben doch... Wir mussten wahrscheinlich die, ähm... Diese Maschinen, die da direkt vor dem... Vor diesem Viech lagen... Die hängen wahrscheinlich an dem Generator, den wir gerade wieder in Gang gesetzt haben. Ach stimmt, das war ja für die Heizungsanlage. Mhm. Und dann nur so, kurz Zeitgedächtnis. Sehr gut. Wie ein Goldfisch. Danke, dass du dich nicht von Morbeth provozieren lässt. Er ist im Moment nicht derselbe. Ja, Morbeth meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt, hatte ich gehofft... Ali? Ist das Isaac? Wie schön. Laudert ihr nett. Ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. Ja. Die Besten der Besten bleiben immer professionell. Oh, warte. Nein. Hm. Jetzt zieh unten nochmal ein bisschen mehr, äh... Heizung, ne? Das hättest du ganz einfach wieder zurückgehen, wahrscheinlich, ne? So. Hm. Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Ich weiß nicht, ob ich's für ne gute Idee oder ob ich... Ich glaube nicht, dass es ne gute Idee ist, das Ding jetzt aufzutauen. Hm. Das klingt so nach... ...Busfight. Das klingt so nach... Was soll schon schiefgehen? Zehn Prozent. Zehn Prozent. Das sind die... Ah, jetzt sind die Dinger hier. Mit Chinese kann man jetzt... ...dran drehen. Ach, halten müssen. Jetzt sind sie wieder rot. Was lag? Zehn Prozent. Vielleicht müssen wir an... äh... ...an beiden Seiten. Warte mal, mach mal aktiv. Und dann... ähm... ...nimmst du den und ich den anderen. Und wieder klicken vielleicht. Mhm. Sieht so aus, ne? Ja. Ah, warst du langsam. Warte mal, ich mach die beiden links, du machst die beiden rechts. Okay. Wenn er jetzt vielleicht mal auf Aufladen schwingen würde. Ja. Ja. 20 Prozent. Jetzt müssen wir das weitermachen. Zehn Prozent. Bei zehn Prozent. Hast du wieder gedreht? Ja. Ja. Und das nochmal. Na. Ist vorbei. Wunderbar. Also müssen wir die ganze Zeit schnell immer im Wechsel... Ja. Genau. Das ist die Idee, ne? 40 Prozent. Sechzig. 90. Und da ist was viel. Hundertzehmenden. Das sieht ganz gut aus. Das ist völlig definierend von gut, aber okay. Über kommt der Dampf drauf. Was soll zum Tiefgehen? Kannst du vielleicht hier noch was aktivieren? Ja, aktivieren. Ah, okay. Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Eintemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Die wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weiter unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Immer wenn sie sagt, ja komm und guck's dir an, heißt das nichts Gutes. Das heißt, ihr in der Regel eher sowas wie, naja, das ist auch mal am Ende des Komplexes. Oder wir beleben das riesige Viege zum Leben und wir dürfen dagegen kämpfen. Oder ihr geht dabei drauf, wenn wir es wieder beleben. Bevor ihr dagegen kämpft. Mhm. So, aber ich denke, wir machen hier dann auch einen Cut. Mhm. Und damit dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Aufzugsimulator. Ach ne, Dead Space, genau. Das war's. Jo, bis dahin. Ja. 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 Ja.